Die Teufelsmauer Berichtet wird von einem göttlich-teuflischen Handel. Es geschah zu der Zeit, als Gott und der Teufel nach langem Hin und Her die Vereinbarung trafen, die Erde unter sich aufzuteilen. Gott beanspruchte das fruchtbare Flachland für sich. Der Teufel aber wollte unter allen Umständen das erzhaltige Harzgebirge. Beide einigten sich darauf, dass der Teufel alles Land sein Eigen nennen dürfe, was er innerhalb einer Nacht von Sonnenuntergang bis zum ersten Hahnenschrei mit einer Mauer umbauen könne. Mit Einbruch der Dunkelheit machte sich der Teufel hurtig ans Werk. Er setzte Stein auf Stein und die Mauer wuchs stetig. Da kam eine alte Frau des Wegs, die noch vor den ersten Strahlen des Sonnenaufgangs zum Nahenmarkt aufgebrochen war, um dort ihre Waren und ihren stattlichen Hahn, den sie in einem Korb trug, zu verkaufen. Noch ein wenig schlaftrunken geriet sie auf dem steinigen Pfad ins Stolpern und fluchte darüber so laut, dass sie den Hahn weckte, der vor Schreck laut krähte. Der Teufel war gerade dabei, den Schlussstein in die Mauer einzufügen und sie damit zu vollenden, als er das Krähen des Hahnes vernahm. Die Wut, die ihn nun ergriff, ließ ihn rasend werden. Im Glauben, dass dieses Krähen bereits den Tagesanbruch ankündigte, trat und schlug er auf die beinahe fertige Mauer ein, sodass sie vollständig umstürzte. Die Reste der Mauer sind heute noch von Blankenburg über Timmenrode bis nach Ballenstedt zu finden und sie werden deshalb Teufelsmauer genannt.